hallo und willkommen hier zu einem weiteren guide zum thema nebenmissionen heute gehen wir zu mr crabs dafür werden wir uns erstmal mit diesem katapult auf die andere seite befördern und da unten kann man den krebs schon sehen ja und da gehen wir jetzt mal hin und dann werden wir mal mit den runden torgen um zu sehen was er denn für eine aufgabe für uns hat bevor wir aus der anderen welt zurück kamen war sie noch da spongebob diese pennys sind mehr wert als dein leben bitte bringen sie zurück nach hause minium jawohl mr crabs danke kleiner du bist der beste mitarbeiter den sich eine krabbe wünschen kann sagte er soll sich ein beispiel nehmen und da haben wieder schon genau die info die was wir brauchen denn wir müssen fünf verlorene pennys wiederfinden hierzu bin ich wieder an jeden einzelnen ort gereist und werde euch zeigen wo ihr den verlorenen penny wieder findet habt ihr alle pennys eingesammelt reist ihr wieder zurück nach bikini button geht zu mr crabs und dann habt ihr die aufgabe abgeschlossen ich wünsche euch jetzt hier jedenfalls viel viel spaß mit dem einsammeln eurer pennys und vergesst bitte nicht wenn euch das video gefallen hat gebt der sache gerne einen daumen nach oben und vergesst nicht den kanal zu abonnieren denn so verpasst ihr hier kein weiteres video mehr bis dahin ciao servus macht's gut ja 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 das ist ja ja Das war's für heute. 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 Das war's für heute.